Was macht das Studieren für mich in Konstanz aus? Gute Frage. Ich würde sagen, die Leute sind cool drauf. Egal was man starten will, man findet Menschen, die Lust darauf haben und mitmachen. Gemeinsam kreativ sein, creative together und so. Alles ist schnell erreichbar. Von der Uni aus ist man in wenigen Minuten am Wasser. Grandios. Und es schadet nicht, in einer Stadt zu wohnen, die keinen Instagram-Filter braucht. Also wirklich nicht. Das Leben hier genießen und auch dafür sorgen, dass es so schön bleibt. Die Menschen hier haben Ambitionen. Sie wollen forschen, lernen, diskutieren. Ich habe hier Menschen gesehen, wie sie tanzen, lachen, genießen oder alles gleichzeitig. Aber ich finde, das macht es auch aus. Das Leben ist auch nicht. Das Leben ist eigentlich. Leben in Konstanz heißt für mich auch Studieren am See. Was heißt es für dich? Was heißt es für dich?